hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute geht es um das thema band also ich habe für das light dvc4 für den auftritt den ich letztens hatte wo ihr auch schon diese tolle diese tolle laser und lichtshow gesehen habt habe ich natürlich auch eine ein band setup in das hat dvc4 konfiguriert weil die ganzen scheinwerfer die da auf der bühne standen muss natürlich auch gewisser weise angesteuert werden dazu habe ich euch hier diese dieses file mal geöffnet und ich werde es auch so machen dass ich das euch zur verfügung stellen werde also ihr habt dann in der beschreibung des videos einen link da könnt ihr draufklicken da ist ein formular da müsst ihr einmal eure e mail adresse angeben und dann kriegt ihr den link per e mail zugesendet den download link und dann könnt ihr euch da dieses dvc4 file runterladen auch selber ein bisschen gucken wie ich welche sachen gemacht habe aber in diesem video werde ich halt auch noch mal so ein bisschen erklären damit ihr auch wisst wofür die einzelnen elemente alle sind starten wir ganz normal mit dem patch der ist sieht eigentlich auch ganz einfach aus also acht mal kompakt tripa zum beispiel dann phantom 50 ist dabei einen x12 zweimal und den infinity m 25 15 von showtech dann also ein paar mikrowash zwei x1 beams und natürlich von involight die moving bar 1808 wo ich sagen muss dass da ordentlich power rauskam schauen wir uns mal den elbmodus an also nicht wundern wenn ihr gleich erschlagen werdet von szenen weil ich das hier diesmal ein bisschen anders gemacht habe das wie es halt auch schon in meinen vorigen videos zum thema szenen strukturieren gemacht habe und da könnt ihr euch auch mal anschauen wie man sowas macht ich habe das mal ähnlich angewendet wir haben hier oben die ganzen gruppen und ich gehe jetzt einfach mal kurz die ganzen gruppen einmal durch wir haben hier einmal feste farben das sind halt zum beispiel zu jedem zu jedem unterschiedlichen gerätetyp habe ich dann jeweils die zum beispiel grundfarben konfiguriert aber auch zum beispiel gelb oder blau oder orange oder halt auch so mischfarben orange blau oder violett und grün das sind ja immer so sehr gute kombinationen das sind halt alles fest haben das heißt da passiert auch nichts sie stehen einfach nur und im vergleich dazu gibt es halt farbeffekte das sind dann also zu lauflichter wie zum beispiel rainbow effekt oder so nightrider effekt oder halt ein sweeper da gibt es halt unterschiedliche möglichkeiten die habe ich dann alles mit dem effektgenerator entsprechend erstellt dann kommen wir als nächstes zu den movements das heißt alle geräte dienen pan oder eine tilt achse haben oder beides die werden hier drüber gesteuert habe ich dann so standard sachen gemacht wie zum beispiel einen kreis eine linie bei dem 25 15 hat man auch eine unlimited funktion sowas habe ich natürlich auch gemacht aber auch so sachen wie bestimmte bestimmte einstellungen dass die geräte an bestimmten punkt stehen bleiben das habe ich hier zum teil auch mit eingestellt man sieht es jetzt zum beispiel bei dem 1808 dass diese led war von involight da ist so ein extend dass sie quasi sich gegenläufig auffächern auf der bühne und das ist halt auch ein schöner standeffekt als nächstes kommen die gobos da habe ich einfach mal hier die ganzen gobos vom x12 vom phantom 50 mir so ein paar schöne gobos rausgesucht die ich dann punktuell noch mit eingesetzt habe und die das ganze dann auch ein bisschen schön auf aufbereiten wir haben hier dann die mh effekte effekte das sind dann halt sachen wie zum beispiel gobo rotation prisma oder ja das sind halt die sachen oder so ein gobo shake das kann man eigentlich hier wunderbar einstellen beziehungsweise ist dann hier auch entsprechend der gruppe mit drin dann die wichtigste die wichtigste gruppe sind die beams das heißt hier sind alle beam kanäle drauf das heißt alles andere ist aus das einzige was hier jetzt an ist sind die beam kanäle ich kann euch das mal zeigen zum beispiel beim x12 dann sieht man hier zum beispiel weil es jetzt gerade ein laufdicht ist nehmen wir mal einen beam dann haben wir nämlich hier beide an so und hier kann man dann zum beispiel sehen wenn man jetzt hier unten dann die x12 auch noch auswählt sieht man dann auch noch wie die kanäle aufgesinnt beziehungsweise hier zum beispiel shutter oder halt der dimmer dass das offen ist und der rest ist auf null da müsst ihr auch mal ganz darauf achten dass hier das wirklich dann auch immer auf off steht beziehungsweise dass das dann entsprechend nicht mit getriggert wird durch andere sehen dann noch was spezielles für die band hier haben wir dann spots da habe ich dann für die einzelnen interpreten beziehungsweise die einzelnen schausteller auf der bühne spots definiert also mit drei vier moving heads dann jeweils den punkt vom gitarristen vom schlagzeuger oder vom keyboarder das habe ich dann hier entsprechend einzeln eingestellt so dass wenn wirklich irgendwie ein soli kam oder die leute vorgestellt worden sind dass man dann wirklich spontan das dann über das apc mini drücken konnte dann haben wir noch die gruppe specials da sind natürlich unterschiedliche spezialeffekte drin wie zum beispiel nebo nebel strobo oder haze oder zum beispiel chaos licht also was zum beispiel all komplett durcheinander flackert mit dem release all mit der release all szene könnt ihr ja dann entsprechend alle angeklickten szenen die vorher so ausgewählt habt im live modus dann entsprechend erlösen sozusagen wie es so schön heißt und dann die ganzen szenen da einfach ausschalten dann habe ich hier noch queues gebaut habe ich am anfang versucht so ein paar fertige queues oder ein paar fertige szenen zu basteln die natürlich die anderen die anderen szenen aktivieren ist mir nicht muss ich sagen bin ich nicht ganz so mit zufrieden gewesen weil man das halt nicht generell einstellen kann es sei denn natürlich man weiß vorher nicht was für lieder kommen dann muss man sich natürlich sowas basteln da ich aber von vornherein schon wusste welche lieder kamen und welche songs wie gespielt werden weil ich die band auch schon ein bisschen länger kenne haben wir das dann so gemacht dass ich hier einfach song use gebastelt habe und mir dazu jedem song eine grundstimmung überlegt habe die ich dann hier vorne aktiviere ich zeige das gleiche noch mal im live modus und darüber könnt ihr dann entsprechend das abfeuern das heißt wenn ihr wirklich wenn der song beginnt drückt ihr einfach den einen den einen button die eine queue und dann ist erstmal die grundstimmung da das heißt ihr habt dann seid dann nicht so im stress dass ihr überlegen müsst welche von diesen 20 millionen 10 die ich hier definiert habe nehme ich denn jetzt überhaupt so dass ihr dann da wirklich ganz entspannt seiten dann ganz ganz muss dann noch irgendwelche anderen effekte hinzug regeln könnt oder abwählen könnt und das entsprechend auch von geschwindigkeit von der geschwindigkeit teilen könnt und ich muss sagen dass auf jeden fall eine gute geschichte so zu machen dass man wirklich dann hier drüber ich zeige euch jetzt zum beispiel morgen wie eine szene wir jetzt mal hier weiß ich nicht zum beispiel hier mit 18 von westernhagen kennt ihr wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch da habe ich dann zum beispiel hier ein orange als feste farbe genommen habe dann hier einen x12 orange blau der sich ein bisschen bewegt dann die 1808 die info light moving bar dazu und dann was habe ich dann noch aktiviert ach so genau dann fährt der x12 noch einen kreis und gobos hat er keine und natürlich die beams sind natürlich an und wir haben natürlich hier auch ein paar lauflicht so dass ich das ganze dann über den tab modus entsprechend tappen kann und von der geschwindigkeit her einstellen kann so habe ich dann diese ganzen szenen alle die ganzen kews alle aufgebaut das heißt wirklich hier drauf startet da hinten was und wenn wir jetzt das ganze mal im live modus in den live modus wechseln dann können wir uns das ganze auch mal angucken wenn ich jetzt hier sage zum beispiel mit 18 will ich jetzt einmal starten das ist lied 18 dann klicke ich einmal drauf und dann sehen wir hier schon dann ist da auch schon eine gewisse grundstimmung und das läuft hat alles vernünftig ab und ich brauche eigentlich gar nicht mehr viel machen außer hier den tab einstellen und gucken dass das irgendwie passt dann müsst ihr natürlich hier aufpassen dass hier das paar lauflicht natürlich getriggert ist über bpm weil das natürlich sonst nicht funktioniert hier mit dem tappen auf der rechten seite so dann schalten wir das ganze jetzt wieder aus mit release all wie gesagt habe ich hier gebaut und dann seht ihr hier einfach einmal ist alles aus und alles ist schön dann habe ich mir natürlich auch noch den live den show modus konfiguriert weil ganz ehrlich mit den ganzen szenen hier da kommt man wirklich echt schnell durcheinander und man verliert schnellen überblick also habe ich mir noch mal im show modus das ganze ein bisschen ein bisschen kleiner gemacht oder konsolidiert und auch ein bisschen das entsprechend übersichtlich gestaltet das ist zum beispiel die erste seite hier da habe ich dann eine allgemeine seite gebaut ich habe insgesamt fünf seiten gemacht und da haben wir dann so sachen wie zum beispiel die generelle farbe von allen also wenn ich jetzt zum beispiel hier eine weiß ich nicht eine feste farbe habe und merke oh verdammt das grün passt doch nicht zu dem zu dem gelb oder sonst irgendwas dann kann ich das hier noch schnell nach regeln und dann entsprechend die stimmung auf der bühne halt entsprechend ändern hier drunter auch im kurzzugriff die ganzen spots von den einzelnen interpreten habe wie gesagt das ist einfach nur eine verknüpfung zu den zu den einzelnen szenen und hier den den master dimmer einmal komplett und ihr könnt euch das natürlich auch komplett customizen mit den farben und so wie ihr das haben wollt das ist aber eigentlich auch gar nicht so schwierig das entsprechend so hinzubekommen das habe ich auch in einem anderen video auch schon mal näher beleuchtet dann haben wir die nächste seite noch washlights habe ich habe das so ein bisschen unterteilt ich hatte das erst noch ein bisschen anders habe es dann jetzt unterteilt nach geräte geräte arten also washlights und spot und beams und natürlich dann einmal die song queues oder komme ich dann gleich noch ganz kurz drauf dann haben wir hier washlights da habe ich dann jeweils die die washlights also die 1808 die die imboleit led bar drauf gepackt wo ich dann hier über ein farbrad mir die farben ranholen kann und dann habe ich hier rechts mir dann entsprechend die einzelnen bewegungsmuster noch eingespeichert so dass ich wirklich sehr schnell mir das zu drücken kann und hier haben wir dann die 25 15 von die von showtech da habe ich das auch so gemacht dass man hier dann wirklich die die farbe einstellen können und hier rechts die gobo rotation also von diesen ganzen makros die da drin sind da kann man das dann entsprechend die geschwindigkeit der gobo rotation also wenn man zum beispiel dann so eine so ein kreis hat oder so ein strich der dann einmal hin und her wandert kann man die geschwindigkeit darüber dann entsprechend einstellen und hier rechts auch wieder hier die einzelnen die einzelnen movements die einzelnen lauflichter also alles ein bisschen konsolidiert in einem panel und dann hat man hier auch alles wunderbar dabei was ich auch immer ganz wichtig finde dass auf allen seiten release all ist also wirklich egal auf welcher seite man sich gerade befindet und das liegt auf einmal dann doch zu ende ist wenn ihr es zum beispiel nicht so gut kennt dann dann seht ihr könnt ihr es halt hier dann ganz schnell entsprechend über release all ausschalten nächstes ist spot und beams das ist eigentlich auch ähnlich aufgebaut wie die wie die washlights nur dass wir hier natürlich dann noch die farbe über die farbräder einstellen können müssen bei dem wash hier ist es jetzt auch den beam hätte ich vielleicht auch zu den washlights packen können theoretisch aber das ist eigentlich auch egal das kann man sich aussuchen wie man will und dann habe ich hier auch entsprechende vorgefertigte dinge wie zum beispiel go rotation nochmal kreis in linie also letztendlich das gleiche was ich in den szenen auch schon drin habe aber ich habe mir halt hier nur die besten szenen oder die besten ja doch die besten szenen ausgesucht und die halt hier entsprechend eingefügt oder hier dann auch lauflichter noch mit reingepackt so dass man da auch wirklich kein problem hat da irgendwie schnell mal zu reagieren dann habe ich hier noch eine song cue liste gemacht wo man auch letztendlich letztendlich ist nichts anderes als der button der mit der szene hier im live modus verknüpft ist also mit dieser hier das ist eigentlich nichts anderes als das hier ist ich finde es aber ganz gut wenn man es natürlich dann schön übersichtlich hat und wenn man es dann zum beispiel noch auf dem ipad hat kann man die seite dann durchwechseln und dann von da aus die sachen starten wenn man jetzt gerade zum beispiel nicht am hvh sein sollte von daher ist man da eigentlich auf der sicheren seite auch hier wieder der release all button dann habe ich noch hier von meinem bruder noch einen kurzen screen gebastelt da der noch zwischendurch ein paar strobos drücken wollte bei seinen keyboard einlagen oder sonst irgendwas und dann habe ich ihm da auch noch eine seite gebastelt worüber er dann über wlan mit der easy remote app das entsprechend steuern kann auch dazu habe ich ja auch entsprechendes video schon soweit gemacht das war so eine kurze erklärung wie man so ein band setup für eine band aufbauen könnte klar geht es natürlich immer noch weiter nach oben und man kann es aber auch kleiner machen also das hängt natürlich auch mal von der band und von den möglichkeiten ab und natürlich auch von dem equipment und dem budget was man halt zur verfügung hat und ja wenn ihr noch weitere fragen haben solltet könnt ihr die gerne unten in die kommentarzeile posten gerne wenn ihr sagt geil ich finde diese datei so cool und will vielleicht auch da aufbauen was mit arbeiten stelle ich euch kostenlos die dieses dvc4 projekt zur verfügung ihr könnt das einfach über den download link beziehungsweise den link unten in der video beschreibung runterladen beziehungsweise anfordern über e mail da müsst ihr einmal kurz eure e mail adresse hinterlegen und dann kriegt ihr die automatisch per e mail zugesendet und könnt dann fleißig damit rumbasteln oder die vielleicht sogar anpassen vielleicht habt ihr ein oder andere auch noch fragen und anmerkungen da würde ich mich natürlich auch über die regliche diskussion freuen wie immer am ende sage ich practice and enjoy